ach warum brauchst du denn noch ich probier jetzt mal was anderes ich habe jetzt watson auf intern und die dlcs für multiplayer habe ich jetzt auf extern und ich hoffe dass ich jetzt watson spielen kann ich will wissen was der zeitauftrag ist wenn das für dich in ordnung ist ja was ich weiß nicht ob das immer das gleiche ist was ich eben hatte ich habe das angenommen musste dann in zwei minuten wie 500 meter zu dem shop rennen hätte dann halt das belohnung geld bekommen aber ich weiß jetzt immer dasselbe ist muss man gucken ob man dann sind weniger kronen es waren eben so viele kohle mit aufträgen sparen die anscheinend nicht mehr weil es überall auf dem app jetzt richtig viele ja das kommt mir auch gerade vor wenn ich mir so angucke von mir sind fünf mal weiß gesucht einfach in der nähe so übelst dämlich warum sollte ich mir wenn ich so einen einfachen auftrag haben warum soll ich dann meist gesucht haben wenn das 500 meter entfernt das ist denn ja ja aber das kannst du schaffen kannst du hier nehmen ja komm ich gehe auf eine heli und wird abgeschossen weil ich keine gute waffe habe ich muss irgendwie das ich muss irgendwann mal das fliegen lernen also ich muss ja nichts mehr runter landen ich musste alles steig aus nein ich habe mich in ein wenig spät also ich kann spielen nur mal kratzen also ich glaube ich steig nicht mehr zu ende in den flieger weil er hat mich gerade vorhin machen macht das bloß nicht aber auch kriegst du ein bisschen geld ich habe ich habe freie wie die selbstwiederbelebung ein rabatt objekt moment das ist ja fast schon für dich gelohnt dass du gestorben bist eigentlich hat sich das nicht gelohnt ich glaube ich glaube dass so eine wenn man nicht wenn man nie dieses diesen auftrag waren zum shop geht dann ist es eine belohnung war wahrscheinlich dass man dann ja irgendwas vergünstigt oder gratis bekommt also kann sachen vergünstigt kriegen oder selbst immer ich glaube das ist genau dasselbe wie halt eben beim wie heißt es bei diesem event nur eben dass es jetzt für ein einziges item ist als belohnung wenn man den auftrag schafft und die sniper zieht er so langsam da kannst du mir die schuhe zu bin aber ganz echt wenn dann ein bisschen z über kratzen ist das schon heftig meiner meinung nach ja also ich finde es eigentlich ein bisschen op kann ja dann jeder macht so solange das funktioniert ist alles in ordnung wenn ich dann könnt ihr noch eins annehmen oder sagen wir uns erstmal baffen holen ich habe so eine dual waffe gefunden das erste mal dass ich nun ja kann sich mal halo bitte keine ahnung ich habe so eine thermal waffe bekommen die der nilz immer mit der nilz spielt ja ich bin ja auch und wir sind auftrag aber nicht da wo wir sind ja vielleicht hallo ja ich habe mich so sehr aufs spiel konzentriert ich habe da einfach nur irgendein geräusche gehört die ich einfach weg ignoriert habe was so eine frage ich habe die aber auch leckt wobei jetzt kann schon müssen bei mir sind panzerplatten ja wir können zur ausrüstung holt theoretisch ja alter xbox wird das denn bei dir jetzt falsch 1,4 also außer dass der nächste shop da ist ich hoffe du lernst daraus holst du beim nächsten mal keinen xbox alter ich weiß nicht was die xbox macht gerade mit 1 ach jetzt geht es hoch auf 2,82 ist ja eine mission auf 3 mbit starke leistung xbox was hast du vor soll man den holen ja können wir machen alter xbox was machst du da xbox du ziehst dir da gerade kein hoch auflösen porno runter das war gerade ziemlich schlecht gemacht aber ich werde schon mal direkt und von unten angeschossen sehr gut ich komme nicht hoch als ob der da unten da so kennt das ist gut dass jetzt angezeigt wird wie viel damage die haben das update gefällt mir das ist gut dass die beide gekriegt das wird dann gezeigt ne hey mann die haben sie so krass darin verschimmelt ja haben sie mit schild geschützt allem die haben alles ausgepackt das wird dann jetzt angezeigt wie viel leben die noch haben der abschluss cam die schlucken ja so viel und das ist unfair wie viel schluck der denn jetzt wisst ihr wie viele geschluckt haben das ist total finde ich auch eine gute neuerung call bitte ich habe nur fäuste und ein scheiß messer rechts rechts mitte links 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 ich habe zuerst hin ich habe die ich habe die das hatte ich heute aber auch ich bin ich hatte den ich hatte den ersten die hit und der überlebt rechts absoluter schwachsinn rechts jetzt sehe ich dich nicht mehr links von sniper was haben jetzt hier für neue scheiß gulag waffen hä? ich mach nachkampf äh was ist das denn für ne kacke also die gulag ist absoluter müll ok jetzt ok mit dem update haben die gulag offiziell zerstört warum war das passiert? man hat fucking fäuste im gulag das heißt man kann nur nachkampf machen und robin hat den sniper warte was? ich konnte nur mit meinen fäusten schlagen ich hatte null waffen bekommen und robin ne sniper ok zumindest stoppt doch schon mal ne ausrüstung das ist ja auch schon gelotet kann jetzt nicht so ein event kommen alle operator kommen wieder frei dann wenn du es brauchst vielleicht wie so ein zeitauftrag machen anscheinend kriegst du dann was kannst du dann gratis einen wie freikaufen ja das kann ich auch probieren wäre dann die alternative zum zumeist gesucht wenn man ein zweier br ist was ist die alternative zum ja dieses neue zeitdings auftrag hier ist auch ein die heli den kannst du benutzen um schneller zu sein was ich auch kacke finde ist dass wenn du ausrüstung holst und grad aus dem gula kommst du nur ein magazin hast in der waffe ja gut aber das ist standard du kannst ja aber das kotzt mich an du kannst ja aber trotzdem überleg doch mal wenn du direkt mit flammen magazin da nein nicht voll aber die können ja immer 30 schuss und inventar packen ja wenn du frisch aus dem gula kommst und direkt ne ding hm ich weiß nicht ob ich halt so gut fände außerdem ich hab noch ein gegenargument du kannst ja als extra voll geladen nehmen dann ist deine waffe voll das kannst du als alternativen ausrüstungs perk nehmen das hab ich gemacht ich hab einmal ne version wo ich nur die waffen habe mit vollmantel aber ne version mit mit voll geladen ich den heli da um so zu kriegen ich hoffe da sitzt jetzt keiner dran natürlich sitzt da einer dran ja flieg grad weg ok hast du nen shield hit gegeben jetzt sind die sich da oben aufs dach ich krieg's kurz ja guck dir den neun schuss naja was soll ich da mit 31 schuss ne jetzt hat die spielerwaffe munition sind die jetzt auf dem dach von ja die sind ja die sind ja was ist das denn scout team fernrohr kann man dann seine waffe upgraden oder was ne ne das ist wie benutzt du wie im feldsack sensor hä ok ah du hast ne drohne gefunden kannst du das fahrzeug benutzen um schneller zu sein ich guck mal kannst du mal markieren den auftrag nur er kann ich man das fahrzeug benutzen um das fahrzeug benutzen um das fahrzeug benutzen um zu Schau, ob du mich schon gratis freikaufen kannst. In der Tat. Ich habe den Auftrag erfüllt, befinde ich 5 Sekunden lang im Gasfeld. Macht ja Null Sinn. Ja, manche Dinge verstehe ich doch einfach nicht. Ja, glaube ich mittlerweile auch. Und ich? Ich habe natürlich nicht den Token. Oh, ich bin ja noch schlossen von mir hinten. Aber hier sind noch Thun. Ich wundert mich eigentlich. Ich habe noch eine Platz für dich, wenn du brauchst. Ja. Äh. Jetzt müssen wir da diese Lupe annehmen. Sünderung. Ja, ich guck mal gerade wie ich da hochkomme am besten. Aber ich habe schon eine Ahnung wie ich da hochkomme. Okay. Ich dachte ich würde wissen wie ich da hinkomme. Ja. Okay. Scheiß jetzt einfach auf das Scheiß, der jetzt hier nix wunderbar will spielen. Echt. Hier scheint auch keiner gewesen zu sein. 1000 Kilobits herunterladet, das ist echt. Da ist ja selbst Oma schneller. Hier ist eine legendäre Truhe mit, ich habe eine Panzertruhe. Da kannst du auch Ausrüstung kaufen. Ja stimmt, du brauchst Geist, ne? Ja. Ja, können wir jetzt durchmachen. Äh. Da rüben auf dem Dach ist, der beim Haus bitte. Ich schlute hier erstmal nochmal die Räume. Naja, ich habe halt keine Sniper. Da oben ist, ne lass, lass nicht fighten, lass einfach rüber gehen. Genau. Wir kriegen die eh nicht. Richtig. Da können wir uns auch mal im Shop Selbstziel holen. Inzwischen haben wir dafür genug Geld. Ah, da vorne, der hat auch wieder eingehalten. Ja. Am Buggy. Hier kommt wer, 45 Meter. Okay, ich hab da mal die Klubscher offen. Hast du, äh, Safe Revive schon gekauft für dich? Ja, hab ich. Okay. Dann lass mal sonst noch hinten weg, dann können wir uns eben Ausrüstung holen. Ich will es jetzt mal nicht hier so offen hinschmeißen. Okay. 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 mal kurz. Mal kurz, ich weiß nicht, ob Van Dené muss im Hochzug gelangen. hoffentlich schon. Oder? Nee, jetzt sind wir zu hoch. Ach, Mann. Da drüben ist er auf dem Dach, einen hab ich genockt, aber... Das Fenster war auch ein einziger Fake. Schon wieder genockt? Na schön. Ich bin auf der verzweifelten Suche da hoch zu gehen. Ah, hier sind Treppen. Ich glaub ich hab's. Na die Snipern aber von da drüben auf uns. Kannst du markieren? Kannst du markieren, von wo die Snipern? Okay, ich wurde grad angeschossen. Die Frage hat sich so weit erübrigt. Ich bin mal ein bisschen versteckt. Oh, Junge, fuckt mich das ab. Ey, das ist irgendwie, keine Ahnung. Kopf reinziehen und weg hier. Ja, ich bin schon am liegen. Und tun noch, ob das Haus was höher liegt. Die ganze Zeit mit der Sniper rein zoomen. Falls da einer sitzt. Dann kann ich mich dann zumindest selber verteidigen. Oder zumindest angeben. Also ich guck grad hier drauf. Die ganze Zeit. Ah, okay. Guckst du dann mal hier in der Treppe, dass keiner kommt? Das stimmt. Ich hab ja ne Nähr. Ich hab ja ne Mine. Okay. Also wenn's... Ich bin drauf. Warum treff ich ihn denn nicht? Also wenn's Boom macht, dann heißt es, dass StarCard einer hochkommt. Boah, liegt auch schön in der Zone. Ja, Leute. Mein Xbox mein für ein Spiel war 3,3 äh... Okay, ich hab ein K.O. geschossen. Ja. Ja. Die Tabeln dauert ein bisschen. Scheiß, ich baue auch Platten, man. Okay. Du hast auch keine Platten mehr, ne? Ja. Ich hab... Ich hab noch zwei Platten, aber ich möchte die jetzt nicht unbedingt verwenden. Ich glaub, sobald wir aus dem Haus ausgehen, sollten wir dann beim... Warte mal. Ja, wir müssen auf jeden Fall in den Shop. Ich hab die Idee. Ich hab hier noch das hier. Ah, ist perfekt. Schau schon nach Projekts wieder Klassen an. Lass mich mal nicht peeken jetzt erstmal. Lass dich einfach mal da... Ja, stimmt. Ich war wieder hier unter die Treppe und guck aufs Zugsbedach. Da sollte ich eigentlich nicht gesehen werden. Äh... Okay, aber der eine, den ich K.O. geschossen habe, der hat sich halt wieder belebt. Der war nicht eliminiert. Also 1400 Schaden hab ich gemacht und hab nur einen Kill. Oh, Alter. Was? Was haben wir denn... Also wir sind schon mal in den Top 14, also... Ah, Top 10 ist drin. Jungs, wir können Raddospiel spielen. Ich hab eine Datei, die 3,36 GB hat. Wie lange braucht man Xbox, um das zu installieren? Laut ihrer... Äh, laut ihrem Vorschlag. Weiß ich nicht. Eine Stunde? Wenn du einfach on kommst. 5 Stunden 22. Okay. Also ich würd die Xbox ja aus dem Fenster treten, ne? Fuck you, Junge. Das hat nix mit der Xbox zu tun. Keine Ahnung, was jetzt grad hier los ist, trotzdem mit... einem... MB... der runterladet. Die Sekunde. Ja. Einten MB, also das ist für mich find ich schon angenehm. Also da kann ich wirklich von Glück reden, wenn ich das hab. Ne, ich behaupte immer, das sind Megabits. Die so meinen... Ich bin mir aber nützlich. Steht da MB oder MBits? Da steht MB. Oh, wir sind noch drin. Oh, wir sind noch drin. Glaub ich, dass meine Xbox mit 50 MBs die Sekunde runterlädt. Okay, wir können chillen, wir sind hier drin. Das ist perfekt, die 6er Zone, die gefällt mir schon so gut. Und das... Und dieses Haus da ist ja nicht mehr in der Zone. Ja. Das heißt, von da aus können wir nicht mehr gesnipert werden. Das ist... 17 Meter. Oh shit. Apropos Robin, ich bin schon die ganze Zeit online. Boah, viele Leute auf meinem Radar. Guck mal bei Hedgehogs sind so. Boah. Man hat ein zweier Team. Ich... Ich sehe nur zwei auf dem Radar. Ich sehe vier. Also wie gesagt, sobald's Buben macht, sind die da. Kann sein, dass die hier hinkommen. Okay, ich zieh mal nicht mehr auf dieses eine Dach, sondern jetzt nur auf den Eingang. Dann kriegen die direkt mal eine kleine Überraschung. Ja, dann müsst ihr halt die mal wegrasieren. Also... Ich lasse hier keinen hoch. Sobald's hochkommt, sind sie weg. Ja, guck mal, Hedgehogs sind so... Also wenn du Richtung 120 Grad guckst, dann siehst du die eigentlich. Ja, ich sehe jetzt auch vier kleine Punkte. Vier kleine Punkte. So klein sehen die aber auf dem Ding nicht aus. Ich sehe sie jetzt sechs. Ich sehe sechs? Jo, ich... Aber die können sich ruhig gegenseitig auseinandernehmen. Ja, die eine sind jetzt gefährlich nah. Wobei es ja auch absolut möglich, dass sie einfach unter uns sind, oder? Ja, würde ich denken... Wo seid ihr denn? Wo, wo, wo schießt du hin? Ja, ja, alles gut. Wir können hier oben aufs Dach. Da sind wir noch in der Zone. Okay, maximal ausreizen. Okay, maximal ausreizen. Wir sind gerade in Platz 10. Das wird man nicht. Ne. Okay. Wie viele Leute. Komm her. Komm her. Ja. Ich bringe hier rüber, ja. Okay, du gehst vor. Ah. Der hat beschossen. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Direkt hinlegen. Direkt hinlegen. Direkt hinlegen. Nein. Nein. Ah. Scheiße. Oh, das war so Fail. Seid ihr raus? Nee. Ich bin tot. Ich hab den Robin allein gelassen. Oh Mann, war das unnötig. Er hat mich allein zurückgelassen. Er ist dran vorbeigesprungen. Ich hab's nicht geschafft, aufs Dach zu landen. Oh nein. Aber, aber, um dich mal zu ermutigen. Es sind ziemlich viele, die jetzt alleine sind. An welchem Standort seid ihr denn? Wir sind in Downtown. Ja. Ich hoffe, wenn du auf dem Dach bleibst, ganz am Rand vom Dach, bist du auch in der Zone. Lass dich schön gegenseitig ausspielen. Leg dich schön hier bis in der Zone. Ja, Robin, ich hab schlechte Erinnerungen an Downtown. Bleib wirklich liegen. Ich hab schlechte Erinnerungen an Downtown. Ich sag nur Österreicher auf dem Rathausdach. Noch ein einziges Zweierteam. Achtung. Sehr gut. Ah, die wissen, dass ich hier bin. Ach, scheiße. Hey, wo kam der eine denn jetzt her? Der war doch keiner auf dem Dach. Ne, die waren da unten. Aber zweiter Platz, das ist... Ja, aber wie kam der denn aufs Dach? Das geht doch gar nicht. Der kann doch gar nicht hochfumm sein. Aber... Aber dass du alleine warst jetzt... Vielleicht hätten wir tatsächlich einen Win geholt, hätten wir noch meine Unterstützung. Weil du jetzt alleine gegen Zweierteam warst. Können wir bald sein. Ja, der eine Typ oben war, wusste ja auch, dass... Also, als der mich angeschossen hat, wusste die anderen ja, wo ich bin. Da, du bist gut! Und da, du bist jetzt, bis zum Böden. Ich mache das jetzt, bis zum Böden. Bis zum Böden. Bis zum Böden. Bis zum nächsten Mal.